Hallo und herzlich willkommen zu HWK-TV. Wie Sie unschwellen kennen können, habe ich mich heute für Sie ganz besonders in Schale geworfen. Und im Laufe von HWK-TV werden Sie auch noch den Sinn und Zweck davon erfahren. Beim Blick auf das Sommerwetter steht das Barometer aktuell auf Grillen. Und dafür liefern natürlich die Fleischer, aber auch die Bäcker die kulinarische Grundlage. Lassen Sie sich also heute verwöhnen und inspirieren, denn sicherlich ist auch für Ihren nächsten Grillabend das Richtige dabei. Seit genau 45 Jahren sorgt die Fleischerfamilie Hoog aus Spey mit ihrem Unternehmen für frische Fleisch- und Wurstsorten, deren Grundlagen traditionell von heimischen Bauernhöfen aus der Nachbarschaft stammen. Eine Zusammenarbeit, die Fleischermeister Lothar Hoog wichtig ist. Wir schauen ab und zu bei den Bauern vorbei, kontrollieren die Stelle, ob auch das Futter unseren Angaben entspricht. Soll also nur mit Getreide gefüttert werden, damit eine gute Qualität nachher zustande kommt. Mit seinen Produkten hat sich das Familienunternehmen etabliert und heute sogar Kunden über die Region hinaus. Für die erfolgreiche Entwicklung steht auch die Zahl der Mitarbeiter. Vater Günther Hoog begann 1963 mit einem Gesellen. Heute hat der Betrieb zwölf Mitarbeiter, darunter einen Lehrling. Apropos Lehrling, um die beruflichen Weichen in Richtung Handwerk erfolgreich zu stellen, sollten sich die Schüler rechtzeitig um einen Ausbildungsplatz bemühen. Die HWK-Ausbildungsberatung informiert und hilft bei der Ausbildungsplatzsuche gerne weiter. Ganz wichtig, schon vor Beginn der Lehre bieten die meisten Unternehmen ihren zukünftigen Auszubildenden ein Praktikum an. So lernt der Betrieb den Jugendlichen und der Jugendliche den Betrieb und den späteren Beruf viel besser kennen. Also ganz wichtig für die Auszubildenden, sich früh zu bewerben und eben auch ein mögliches Praktikum mit einzuplanen. Und wir schauen jetzt nochmal den Fleischermeister Lothar Hoog über die Schultern und wir zeigen Ihnen seinen persönlichen Grilltipp. Wir stellen so vielfältige Grillsachen her. Das meiste, was bei uns nachgefragt wird, sind unsere normalen Kräutersteaks und dann Lammscheiben, Spieße, mehrere Sorten Spieße, mehrere Sorten normalen Steaks. Grillen ist für Fleischer Hoog nicht nur eine Frage der Nahrungsmittelzubereitung. Es ist ein Stück Lebenskultur. Das spiegelt sich auch in der Gestaltung seiner Verkaufstheke wieder. Es geht um den guten Geschmack. Die hohen Ansprüche an die eigene Arbeit spiegelt sich nicht zuletzt im Erscheinungsbild von Moderatorin Katharina Buchsieb wieder. Die Hygienevorschriften werden sehr ernst genommen. Ohne entsprechende Schutzbekleidung ist die Produktion für Gäste tabu. Doch nicht nur am Standort Spei werden die Kunden kulinarisch verwöhnt. Hoogs erhalten auch Aufträge für Feste und Veranstaltungen. Von der Hochzeitsfeier bis zum Volksfest. Auch hier zählt, das Auge ist mit. Einen wichtigen Teil der Grillparty haben Sie bereits kennengelernt. Ein Angebot übrigens, das für die meisten Fleischereien ganz typisch ist. Insgesamt gibt es 454 Fleischerhandwerke, die bei der Handwerkskammer Koblenz eingetragen sind. Und jetzt geht es weiter mit dem zweiten Teil der guten Zutaten für Ihre Grillsaison. Und den liefert das Bäckerhandwerk. Denn zu einer zünftigen Grillfeier gehören auch die passenden Teigwaren. Auch hier wird heute eine Vielfalt geboten, die keine Wünsche offen lässt. Der Bärlauch-Baguette, dann Chiabatta traditionell, traditionelles Baguettebrot, auch in verschiedenen Größen. Und dann Kräuter-Baguette, Pizza-Baguette. Und was wir halt auch alles selber, die Kräutermischung zusammenstellen und die Gewürze auch selber alles mischen. Wir sind eine traditionelle Bäckerei und haben das komplette Programm, was Brot, Brötchen, Feinbäckerei, Konditorei ist. Und jetzt seit neuestem, seit dem vierten, sechsten, haben wir jetzt eine eigene oder versuchen eine eigene Linie zu machen. Die nennt sich dann Rommersbach-Pur. Das sind fünf Sorten Brot und drei Sorten Brötchen jetzt erstmal, wo halt nochmal mitbetont werden soll, dass wir halt auf regionale Erzeuger Wert legen. 120 Mitarbeiter zählt die Bäckerei Rommersbach aus Andernach, die über acht Filialen in der Region vertreten ist. Hier werden täglich bis zu 18.000 Brötchen und 1.000 Brote in 15 verschiedenen Sorten gebacken. In der Backstube sorgen 14 Mitarbeiter für Nachschub, darunter auch zwei Lehrlinge. Mit insgesamt 436 Bäckereien zählt dieses Handwerk zu den stärksten im nördlichen Rheinland-Pfalz. Bei der Handwerkskammer sind übrigens momentan rund 18.700 Betriebe eingetragen, in denen rund 10.500 Jugendliche ausgebildet werden, fast 400 davon zum Bäcker. Wer mehr über freie Lehrstellen oder den Beratungsservice der HWK-Ausbildungsberatung erfahren möchte, kann sich mit einem Klick unter www.hwk-koblenz.de informieren. Hier dürfte ich mich meiner schon fast liebgewonnenen Schutzbekleidung wieder entledigen. Weitere Infos und Anregungen rund um die Krill-Saison erhalten Sie auch schriftlich. Und zwar am 14. Juni in der neuen Ausgabe von Handwerk im Sommer, die in Zusammenarbeit mit der Rheinzeitung erscheint. Weitere Infos rund um die Sendung erhalten Sie im Internet auf www.hwk-tv.de. Das war's für heute. Ich gebe zurück ins Studio. Machen Sie das.